Wie reich war eigentlich Lord Voldemort? Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video sprechen wir über Lord Voldemort. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass es mir bis zur Idee für dieses Video nicht einmal in den Sinn gekommen ist, über Voldemorts finanziellen Status nachzudenken. In den Jahren, in denen ich mich mit Harry Potter auseinandergesetzt habe, habe ich nie darüber nachgedacht, ob er jemals Geld ausgegeben hat, wie viel Geld er überhaupt hatte und was er damit machen würde. Um ehrlich zu sein, habe ich sogar eine beträchtliche Zeit gebraucht, um dieses Skript für das Video zu schreiben, da es wirklich einige Facetten zu beachten gibt und da ich weiß, dass es für viele von euch einfach ist, den Titel zu sehen und sofort zu sagen, dass er kein Geld benötigte. Aber ist das wirklich die Wahrheit? Vielleicht hat er zu bestimmten Zeiten kein Bargeld benötigt, aber das gibt uns keine Auskunft darüber, wie viel er tatsächlich hatte. Es beantwortet auch nicht die Frage, ob er jemals Geld gebraucht hätte. Lasst uns also loslegen und erkunden, wie viel Geld Voldemort tatsächlich besaß. Wenn ihr so wie ich seid, habt ihr euch vielleicht noch nie die Frage gestellt, wie viel Geld Voldemort wirklich hatte. Ihr möchtet vielleicht auch wissen, warum Voldemort überhaupt Geld benötigen würde. Nun, das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir gestellt habe. In vielen Zaubererfamilien denke ich, wenn es etwas gibt, das ich an der Zaubererwelt kritisieren könnte, dann ist es das Ungleichgewicht zwischen dem Einsatz von Geld und Magie für bestimmte Bedürfnisse. Es scheint, als würde Geld nur für materielle Dinge verwendet werden, was jedoch im Widerspruch zu seiner Bedeutung in der Harry Potter Geschichte steht. Zum Beispiel nutzte Molly Weasley ihren Zauberkessel, um ihre Kinder zu ernähren und höchstwahrscheinlich auch für Flüssigkeiten. Das alles geschah mit Hilfe eines Zauberstabs und nicht mit Geld. Dennoch besteht die Möglichkeit, ins Drei-Besen zu gehen, sich ein Butterbier zu gönnen und etwas zu essen zu kaufen. Zwar kann man durch Magie ein Verschwindekabinett verzaubern, das während des ersten Zaubererkrieges sehr beliebt war, oder sich nach Belieben abschalten, aber für die normale Fortbewegung benötigt man einen Besen. Daher kann ich nicht zustimmen, wenn jemand behauptet, dass Zauberer kein Geld bräuchten. Denn es gibt einfach einige Dinge, die man erwerben muss, ganz zu schweigen von den Schulbüchern. Wenn es um Lord Voldemort geht, können wir uns zwar nicht vorstellen, dass er Besen kauft oder zum Drei-Besen für ein Butterbier geht, aber Geld hätte in der magischen Welt seinen Wert, besonders für bestimmte Dinge. Bezüglich Voldemort und seiner Finanzen, da sich das in diesem Video darum dreht, hatte er wirklich Geld und wie hoch war sein Nettovermögen? Nun, Geld war nicht das Hauptaugenmerk des dunklen Lords. Wir sehen nicht einmal, dass er darüber spricht oder es benutzt. Er hatte keinen anerkannten oder bekannten Beruf oder ähnliches, aber er besaß etwas Reichtum. Tom Riddle war mütterlicherseits verwandt mit den Gorns und die Gorns besaßen eine kleine Hütte, die durch Erbschaft an Tom übergehen würde. Wahrscheinlich war sie nicht viel wert, aber trotzdem hätte sie verkauft werden können und der Erlös wäre an ihn gegangen. Was das väterliche Erbe betrifft, wird es jetzt interessanter. Die Familie Riddle war nämlich sehr wohlhabend. Tom Riddle Senior und seine Eltern lebten auf einem ausgedehnten Grundstück und sie hatten sogar einen Hausmeister. Sowohl sein Vater als auch seine Großeltern fielen seiner Hand zum Opfer. Das Riddle-Anwesen samt aller Vermögenswerte und des restlichen Geldes würde auf den jungen Tom übergehen. Obwohl dies nie offiziell bestätigt wurde, ist es im Grunde genommen naheliegend anzunehmen. Und falls dies zutrifft, hatte Voldemort vielleicht ein oder zwei Galleonen an der Seite, von denen er sicherlich nicht vielen Menschen erzählte. In der Tat hätte er ein beträchtliches Erbe von Pfund erhalten, so dass er sich möglicherweise nicht einmal die Mühe gemacht hat, es zu wechseln. Zusätzlich zu seinem Vermögen gab es auch das Einkommen, das er während seiner Zeit bei Borgen und Berks erzielte. Da er zu dieser Zeit noch sehr jung war, wäre es aber sowieso nicht viel gewesen. Alles, was Voldemort nicht durch Magie erlangen konnte, holte er sich durch Einschüchterung, Manipulation und Gewalt. Es gab nichts, was Voldemort nicht zu bekommen glaubte. Er hatte genug Leute, um seine Befehle auszuführen und er genoss den Rückhalt und die Unterstützung vieler wohlhabender Familien, insbesondere der Malfoys. Falls er tatsächlich eine Einnahmequelle benötigte, könnte er sich direkt an Lucius oder sogar Crabbe, Goyle oder Magnair wenden, die alle über einen stabilen Reichtum verfügten. Doch die Frage bleibt bestehen, wofür würde Voldemort Geld benötigen, wenn nicht für den persönlichen Gebrauch? Die Schlussfolgerung hängt alles von seinem Erfolg innerhalb Großbritanniens ab. Obwohl er die Absicht hatte, die Zaubererwelt zu reinigen, wurde nie eindeutig klargestellt, ob er nach vollständiger oder totaler Weltherrschaft strebte. Voldemort schien daran interessiert zu sein, sich selbst zu verbessern und die Dinge zu vollbringen, die noch niemand zuvor geschafft hatte. Er hatte tausende von dunklen Zauberern, Halblüter, Riesen, Spinnentiere und andere Kreaturen unter seinem Banner vereint. Daher ist es nicht schockierend zu denken, dass er möglicherweise auch andere Regionen auf der Welt beeinflussen wollte, während seine Macht weiter wuchs. In diesem Fall würde er sicherlich finanzielle Unterstützung benötigen, um eine so massive Kampagne zu finanzieren. Insbesondere, wenn seine Operationen Menschen weit weg von seinem Hauptquartier betreffen würden. Sie würden Zelte benötigen, Ausrüstung und auch Nahrung. Und nicht jede Art von Nahrung kann mit einem Zauberstab herbeigezaubert werden. Verluste könnten auftreten, wie beispielsweise in der Schlacht von Hogwarts, die innerhalb einer Schule stattfand, was ziemlich schrecklich war. Eine globale Kampagne auf dieser Ebene würde weitaus mehr Geld kosten als der Angriff auf Hogwarts. Obwohl viele Menschen sich freiwillig meldeten, hatte Voldemort stets betont, dass er diejenigen belohnen würde, die am loyalsten und erfolgreichsten sind. Doch mit dem Wachstum seiner Armeen kann der Angstfaktor nur gewiss hoch sein, bevor die Menschen zu fliehen beginnen. Es gab zwar engagierte Anhänger, die fest an seine Sache glaubten, aber sie bildeten eine Minderheit, wenn auch eine beträchtliche. Die Möglichkeit, diesen Anhängern eine Art Einkommen zu zahlen, müsste in Betracht gezogen werden, da viele von ihnen ihren Lebensunterhalt aufgegeben hatten, um ihm zu dienen. Zusammenfassend kann man sehen, dass Voldemort und Geld nicht unbedingt ein zusammenhängendes Paar waren. Es ist jedoch durchaus denkbar, dass er es irgendwann benötigt haben könnte. Was seinen Geldwert betrifft, wenn er tatsächlich sein Familienvermögen geerbt hat, dann ist er definitiv was wert. Abschließend möchte ich euch noch fragen, wofür könnte Voldemort sein Geld noch benötigen? Ich denke, ich habe die meisten Aspekte abgedeckt, aber es wäre wirklich interessant zu sehen, was euch noch dazu einfällt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren unter dem Video wissen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.